Das Vereinsangebot in Ilmenau ist sehr groß und man kann sich hier auch sehr gut in vielfältigen Bereichen engagieren. Ich persönlich engagiere mich vor allem im V4U und bei Erasmus. Ich bin jetzt halt einiger Zeit Erasmustute und organisiere dort auch Ausflüge. Vor allem ist es natürlich ein interkultureller und sprachlicher Austausch, der mir persönlich sehr viel Spaß bereitet. Ich bin Mitglied in der ISWI, das heißt Initiative Solidarische Welt Ilmenau. Und wir organisieren eine internationale Projektwoche für Studenten. Die kommen wirklich aus aller Welt hierher, nehmen daran eine Woche lang teil. Im letzten Semester hatte ich die Möglichkeit, bei der Kinderuni zu helfen. Das war ein Projekt von der Uni aus, wo Kinder den Campus kennenlernen sollten. Und da habe ich eben eine Schulklasse auf dem Campus rumgeführt. Im Januar 2011 haben wir das OSA Student Chapter hier in Ilmenau gegründet, vom Fachgebiet Technische Optik aus. Das heißt, wir sind eine Gruppe von Studenten und Doktoranden, die sich neben dem Studium mit der Optik beschäftigen. Und im Januar diesen Jahres habe ich jetzt die Leitung übernommen. Es gibt natürlich viele Sachen, sich hier an der Uni noch anderweitig zu engagieren. Zum Beispiel kann man auch einfach seine Soft Skills verbessern, indem man sich in den studentischen Alltag aktiv mit einbringt und sich in den zahlreichen Gremien engagiert. Ich bin seit 2008, seit dem dritten Semester, Mitglied im Team Starcraft e.V. Das ist das Formia Student Team hier an der Universität. Wir bauen, konstruieren und konstruieren einen Rennwagen, den wir halt wirklich eigenhändisch zum größten Teil fertigen. Und zusätzlich für die Wettbewerbsteile noch wirtschaftswissenschaftliche Aspekte betrachten, wie zum Beispiel eine Kostenanalyse, einen Businessplan. Darüber hinaus knüpft man natürlich viele Kontakte, was natürlich für den späteren Berufseinstieg sehr interessant ist. Vielen Dank.